Hey Leute, willkommen zurück auf unserem Kanal. Heute haben wir eine ganz besondere Nachricht für euch. Heelty Mandy und Fitness Oskar genießen die Zeit mit ihrem kleinen Baby in vollen Zügen. Vor etwa einem Monat kam ihr kleiner Sohn zur Welt. Seinen Namen halten die beiden bisher noch geheim, aber eins ist klar, die kleine Familie blüht richtig auf. Können sich die frisch gebackenen Eltern mehr Nachwuchs vorstellen? Mandy hat dazu in ihrer Instagram-Story gesagt. Darüber machen wir uns erstmal überhaupt keine Gedanken. Wir sind dankbar für unser Baby und genießen die Zeit. Sie schließt ein weiteres Kind aber nicht aus. Mal schauen, was die Zukunft bringt. Erstmal wollen sich Mandy und Oskar voll und ganz auf ihren kleinen Sohn konzentrieren, die Zeit rast wie im Flug. Unser Schatz ist jetzt schon einen Monat alt. Krass, wie die Zeit auf einmal vergeht, schrieb Mandy vor wenigen Tagen in einem Post. Die beiden möchten jede Sekunde mit ihrem kleinen Wunder genießen. Wir versuchen, die Momente möglichst doll aufzusaugen, denn sie kommen nie wieder. Hinter den beiden liegt eine lange Reise bis zur Erfüllung ihres Kinderwunsches. Sie hatten bereits einen Sohn, den kleinen Rio, der Ende 2022 mit viereinhalb Monaten an einer Autoimmunerkrankung starb. Um das Risiko einer erneuten Krankheit zu minimieren, entschieden sich Mandy und Oskar für eine Kinderwunschbehandlung. Lasst uns gemeinsam diese wundervollen Neuigkeiten feiern und den beiden ganz viel Liebe und Unterstützung schicken. Schreibt eure Glückwünsche in die Kommentare und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren für mehr herzerwärmende Updates. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal!